Wie er lieben es, wenn hier geküsst wird. Bist du auf die Wanne? Darf ich auch? Ja. Was soll er können? Gut küssen. Hey, das ist ja mal schön. Geht mal sofort Lust auf küssen, wenn du das sagst. Oh, ist das heiß hier. Das ist gut an. Okay. Sei doch nicht so schüchtern. Ich bin nicht klar nicht. Auch wenn das meine Mutter sieht. Ich war mal Kuss-Weltmeister. Habe ich das schon mal gesagt? Beweis es mir. Mitsunge. Geht mal die Hand her. Musst du mal unbedingt was fühlen. Ja, braucht ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Ja, dann haben wir uns halt geküsst. Den darfst du dir stehlen. Danke. Was machst du nicht so am allerallerliebsten? Dich küssen. Was mache ich um zwei Tage am allerliebsten? Dich küssen. Mehr Match, glaube ich, geht hier nicht. Also so ein bisschen ist es ja so, als wenn man wieder 18 ist. Ist schon schön. Ich wollte doch ganz schnell loslassen.